Ich sehe auf dem Bild. Was? Sie sehen ihn doch. Sie hat ein Terntag. Ja. Er hat ein... Wie heißt dieser Feiertag? Okay, schau bitte. Ich habe ein paar Bilder. Du hast hier geschrieben. Ich habe zehn... Ah, ich sehe zehn Kinder. Sie haben schöne Laternen. Okay, gut. Und das ist eine Laterne. Wiederhole bitte. Die Laterne. Die Laterne. Ja, und das sind die Kinder. Und was machen die Kinder? Sie? Sie singen... Der Mond. Er steht. Der Bettler. Ja, das ist der Bettler. Die Gangster. Der Soldat. Die Laterne. Die Kirche. Der Bischof. Und es ist sehr kalt. Im Norden von Frankreich streiten einige Soldaten aus der Stadt hinaus. Einer der Soldaten heißt Martin von Tours am 11. November. Ich gehe mit meiner Lantern und meine Lantern mit mir. Sterne mit mir. Weiter. Dort oben leuchten die Sterne und unten das... Da leuchten wir. Laterne. Laterne Lorelei mit E. Weiter. Lies bitte weiter. Und meine... Lantern mit mir. Dort... O... Oben. Oben. Ja. 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 das ist die letzte frage gehen sie braten das ist die letzte frage gehen sie